So, wieder zurück bei Assassin's Creed 2. Wir probieren es einfach jetzt nochmal mit diesem gottverdammten Wettrennen. Weil das kann ja nicht sein. Ich habe nur verloren. Zweimal. Jetzt das dritte Mal. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann ist das schon ziemlich blöd. Na gut. Also, Versuch Nummer 3. Noch 20 Sekunden Zeit, um an irgendeinen verdammten Platz zu kommen. So, endlich. Und dann hat sie mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Wolfe. Viel Glück. Ja. Okay. Ähm. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich brauche kein Leben. Ich kann damit sehr verschwinderisch umgehen. So. So. Jetzt sind wir nämlich gerade in so einem Templer-Versteck. Und ja, rennen wir mal hier durch mit Vollgas. So, einmal hier hoch. Zack, zack. So geht's hermannisch. So geht das. Zack, 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 zack. Ja, ja. Diese Szene wurde auch in vielen Trailern vorher gezeigt. Vielleicht kennen einige das hier. Ähm, ich glaube, ich musste auch hier runter, oder? Ne, hier rüber. Und dann. Ah ja. Jupp, dann da runter. Wie lange müssen wir hier stehen, Saffirio? Es ist kalt. Was willst du, Hilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen. Und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Gut, dann folgen wir denen doch auch mal. Ich glaube, es... Ne, hier ging es nicht hoch. Ähm... Gut, Moment. Und lasst mich kurz schauen. Es ging... Äh... Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ähm... Hier hoch, oder? Ach, ich habe wieder alles vergessen. Hier lang? Oh ja. Das sieht doch schon ganz... Ah, toll. Ich musste hier irgendwo hoch. Genau. Okay. Das war jetzt nicht ganz offensichtlich für mich. Aber nun gut. Auf. So. Jajajaja. So. Ähm... Ach so da. Genau. Das hier benutzen. ja ja diese templar verstecke sind wirklich immer wirklich schön hier mit geheimnissen bestückt das wirklich cool in so sachen und die assassinen gräber obwohl ich weiß gar nicht dass es ist das ein assassin grab vielleicht ist auch ein assassin grab ich weiß es nicht aber es macht beides spaß ob assassin grab oder templar versteckt so hier bin ich falsch ich muss das war jetzt äußerst unklug von mir das war jetzt also den ganzen weg noch mal was habe ich einen spaß gut dass ich noch im wasser gelandet bin sonst hätte ich nicht mehr so viel lebensenergie schätze ich so jetzt aber so und genau hier an dieser stelle geht das nächste mal weiter ich mache eine kurze pause und dann geht es weiter